Was haben Sie denn? Schmeckt mal der Arm durch. Zwei Minuten rum! Zwei Minuten rum! Jetzt kommt hier, wo ist er da? Er hat doch zwei Minuten wollte abhören sehen. Da hinten. Er da. Kommi, der wollte eben nach zwei Minuten anfeuern. Jawoll! Jetzt wird es richtig! Arme und Brütteln! Arme und Brütteln! Brütteln! Zwei Minuten, drei Minuten! Das ist ja mein Vater! Sehr gut! Eine Flämme, die hier funktioniert. Werden der triebschatz einfacher, ne? Ah, Gilo! Ahci늘! Czas, Czas! Drei Minuten! Und hier haben wir die Kampschweine jetzt. Das ist das so großartig! ist so großartig! ihn haben wir gewonnen! Ja, ich hab das! Ich hab das wirklich rausgebracht! Das ist derart der Teufel! Ich hab das gehört! Ich hab das gehört! Ich hab das gehört! Ich hab das gehört! 2 Minuten pro 1.30 Uhr Oh, alles verstehe! Wenn es mal an einem Abend noch ist, dann kann ich das auch mal an! Komm mal klar, von der erste Uhrweg! Komm mal, ich bin gespannt! 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 Oh, oh, oh! Hey, du bist doch nicht! Oh, oh, oh! Ich wollte noch einmal sagen! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Und Applaus für die Gewinnerung!